ein karotisches hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf dem kanal und heute spielen wir ein bisschen training oder besser gesagt mlg rush nämlich zwei gegen zwei mit dem clemens der hier eigentlich irgendwo in der lobby springen sollte jetzt irgendwo rum ist ja keine ahnung da ist er habe ihn gefunden wir spielen halt zwei gegen zwei zwei jahren also zwei jahren gegen zwei jahren ich hoffe sie schwitzen nicht zu sehr darauf habe ich jetzt auch keine lust schade hast du wenigstens ja ich habe doch hallo was was erwartest du dass das bett was hat mich zu sein der eine ist einfach nicht mehr kannst du um sparen ja 33 hat er kommt hast du bist um den kranken einfach nein ich hab's nicht taktischer suicide von eben rennt er gerade durch ja ja haben gesucht seitens bett 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 jump runter der rotkoll clan ich weiß nicht was er gerade versucht oder so ich habe einen wallrun links gemacht also wir können über links runter hoppala ich habe ihn nicht gehittert er kommt er kommt hast du ich bin zurückgepackt weil man da oben ja keine blöcke setzen kann ich weiß nicht warum er gerade irgendwie sollte ist oder irgendwas noch steht es ja noch ganz akzeptabel sauschlecht sind sie ja nicht ich will nicht sagen dass sie gut sind oder irgendwas aber schlecht sind sie jetzt auch nicht wirklich wenn sie sich anstrengen würden wenn beide mal gleichzeitig spielen würden ja stimmt hast du weil wir rennen ja immer einer geht auf pvp sorry hat mich wow mir fällt irgendwie auf den letzten teil immer wenn wir zusammen stehen wird ich immer so wie gesagt kriege ich immer den suicide hit wenn wir nebeneinander abgebaut anstatt irgendwer dass einer auf pvp geht oh mein gott das war richtig schön geblockt immer entschieden alles habe ihn nein du hast mich abgeblockt ok ich bin doch durch ich überlebe es halt schon wieder dreifach block mlgs wir sind gerade weitergerätzeitig verreckt das war toll vor allem der eine provoziere irgendwie ja nur versucht zu provozieren ich glaube er hat es aufgegeben gerade ja versuchen kann man versuchen kostet ja nichts außer halt vielleicht zwei sekunden ich war gut gerade taktischer zugesagt oder ich bin abgerutscht schön ich nein der gegner war in mir und ich konnte kein blöck setzen mehr ja sei cool und moonwalker zwei blöcke du bist durch oder lebst du nicht mehr doch ich habe sie gerade genockt aber ich habe sie nicht weg genockt ich nock weiter und dann kriege ich nicht das bett weil du scheiße bist ja genau with legendarzt bei mir immer wieder links kann man glaube ich fast durch gg fannes spiel hat mir das ist einfach gefallen und da So, gleich mal Werbung machen. Hehe. Ich würde nicht sagen, willst du noch eine Runde machen, Clemens? Aha. Immerhin hat die Runde nur 5 Minuten gedauert. Gut, dann mache ich hier ein kleines Cut dran und wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Bis gleich. Und wir sind wieder in der Runde. Diesmal gegen... Neue. Bitte leid. Ja, weil ich weggesprungen bin und du noch da standest. Wer, wer, wer? Ich wusste es. Ich könnte mir irgendwie so einen Counter machen. Danke. Ich könnte mir irgendwie so einen Counter machen, wie oft von den Suicide Hits, die wir beide kriegen könnten. Ich kriege... Oh wow, ich bin einfach zu weit unten gelandet beim Wallrunning. Schade. Ich dachte, ich kann schnell genug abbauen. Schöne Blöcke gesetzt. Flieg. Du mit. Du auch. Du auch. Schade. Du hast es nicht, gell? Du auch. Du auch. Sorry für die Blöcke. Hab's. Ich bin froh, dass ich irgendwie seltenst viel Nocke kriege. Habt aber. Hallo. Ich bin rechts unten gelandet. Falls dich wundert. Irgendwie bin ich jetzt... Flieg ich fast gar nicht gerade. Ich sag dir, ich fliege nicht. Gut, danke. Du bist durch den Bagger einfach runtergedroppt. Suicide, Achtung. Passt doch. Ich wollte irgendwie, dass du auf PvP gehst und nicht das Bett holen. Ich hab ja schon begonnen. Wir waren gleich bald. Ich suicide mich, weil ich unten alle gekommen ist. Okay. Willst du zum Bett gehen? Nee, du. Dann mach ich's halt. Der erste rennt vor Angst runter. Oh, der war fast der Suicide drin. Von dir oder von ihm? Nee, eher auf mich. Danke. GG. Dann noch schnell Werbung reindrücken. Ich riskiere gerade einen 90-Tage-Chat-Drinker. Hm. Will ich sagen, warst du das Video mit dem Video? Hast du noch irgendwas zu sein, Clemens? Nein. Gut, will ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.